Sam, hier kommt die erste Frage. Wie findet man Freundinnen? Freundinnen? Ja, du weißt schon. Na, Girls. Freundinnen. Ah, Freundinnen. Ach so. Keine Freundinnen. Noch nie. Was? Du hast noch nie eine Freundin gehabt? Wow! Du, hast du schon Freundinnen gehabt? Klar, total viele. Zehn? Hunderte. Ja, Frauen, so wie Sascha, mögen schnelle Autos, Geld und sie tanzen gerne. Ach so, tanzen. Ich liebe tanzen. Nein, 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 nein. Nicht so, nicht so. Pass auf, so geht das. Really? Wirklich? Ich kenn mich da aus, Sam. Vertrau mir. Ich hab auch schon einen Plan. Ich hab auch schon einen Plan. Du, 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 du.